Hallo und herzlich willkommen mein Name ist Crying Destiny und in diesem Video zeige ich euch wie ihr auf der neuen Black Ops 4 Zombie Karte Classified, dem 5 Remake die Elektrofalle bauen könnt. Dafür bauen wir einfach nur zwei Teile und wir fangen direkt an mit dem ersten Teil dieses befindet sich unten in der Zentrale das heißt ihr müsst einmal mit dem Fahrstuhl runterfahren. Dort gibt es einen neuen Raum wo auch ein Defcon Schalter drin ist das ist einfach quasi gerade durch wenn man reinkommt in den Raum und dann links an der Seite stehen ganz viele Tische dort könnte das Teil drunter sein oder man läuft so ein bisschen mittig da stehen zwei Server und da ist auch ein kleiner Tisch wo das Teil auch mit drauf sein könnte. Das zweite Teil finden wir unten im Labor und zwar müssen wir dafür in den Raum mit dem Wildschwein und in diesem Raum gibt es so eine kleine Ecke wo eine kleine blaue Abtrennung steht entweder ist das Teil dort hinter in so einem kleinen Schrank oder direkt einmal umdrehen dann steht da ein Tisch wo das Teil auch drunter sein könnte. Mit diesen beiden Teilen muss man jetzt einfach nur noch oben wieder in den Anfangsraum und dann gibt es links und rechts jeweils eine Stelle wo man das einbauen kann und die Elektrofalle betätigen kann. Das kostet 1000 Punkte man stirbt nicht direkt wenn man durchläuft man hat dann immer noch 50 Leben übrig und wie die so funktioniert das seht ihr jetzt gerade im Hintergrund. Ich hoffe ich konnte euch helfen mit diesem Video wenn ja dann lasst bitte ein Like da und falls ihr noch kein Abonnent seid von meinem Kanal könnt ihr noch unten auf abonnieren drücken um nichts mehr zu verpassen und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin haut da rein und ciao! Joe. Gottaa rein und ganz fitness!